Ja, hallo, herzlich willkommen zur Pressekonferenz, liebe Journalisten, vor dem elften Spieltag der Bundesliga. Morgen empfangen wir um 15.30 Uhr Werder Bremen. Bei mir ist wie immer unser Cheftrainer Julian Nagelsmann. Und Julian, zu Beginn bitte ich dich einmal um einen kurzen personellen Überblick. Hallo und herzlich willkommen zur 52. Pressekonferenz. Der Personalüberblick, wir haben mit Christian Kunkun angeschlagenen Spieler, der dann einen Schlag aufs Sprunggelenk gekriegt. Der wird getestet heute vor dem Training, ist fraglich für morgen, weil er einfach schon ein bisschen schmerzenhaft hat. Und es ist nichts Strukturelles, aber das Schmerzbild ist nicht wirklich gut. Deswegen gibt es den Test, ob er trainieren kann. Ich gehe eher davon aus, dass er nicht trainieren kann und demnach auch wahrscheinlich nicht spielen kann, zumindest nicht von Anfang an. Lucky ist klar, Klosti wird ab nächster Woche integriert. Das ist eine schöne Nachricht. Der bewegt sich wieder gut und macht schon wieder Sprints und ist gut drauf, auch psychisch gut drauf. Da sieht man, dass er auch das Gefühl hat, es geht in die richtige Richtung, hat keinerlei Schmerzen mehr. Die OP war sehr erfolgreich im Knie und das verläuft gut, der Heilungsprozess. Natürlich wird er jetzt dieses Jahr nicht mehr spielen, das ist klar, das wird zu knapp. Aber er wird auf jeden Fall dann zum Vorbereitungsstart zwischen den Jahren zur Verfügung stehen. Bei Can ist es so, dass wir ihn weiter an die Belastung heranführen, weil einfach die Corona-Infektion schon mit starken Symptomen hatte. Und demnach wir da langsam ihn aufbauen Richtung Belastung. Es wird ja dieses Jahr auch eher nichts mehr. Und dann ebenfalls, wenn alles gut geht, im neuen Jahr wieder zur Verfügung stehen. Oder zwischen den Jahren ist er noch nicht ganz ein neues Jahr, aber zwischen den Jahren. Ja, die Symptome, ich bin jetzt kein medizinischer Fachmann, aber grundsätzlich hatte er einfach starke Symptome, die bei einer Virusinfektion auftreten können. Oder wie bei Dudu jetzt nicht so stark aufgetreten sind. Deswegen durfte Dudu schneller wieder einsteigen. Bei Can ist es einfach so, dass er dieses volle Programm der Symptome hatte. Und auch richtig, ich habe kurz mit ihm gesprochen, er hat gesagt, ich war die ersten sieben Tage fast tot. Also genau so hat er es gesagt. Und ja, ihm ging es einfach nicht gut und deswegen müssen wir einfach aufpassen. Das weiß jeder, dass so ein Virus, wenn man da zu früh einsteigt, dass es gefährlich werden kann für die Organe, vor allem fürs Herz. Und deswegen ist da ja Vorsicht geboten. Ja, habe ich ja eingangs schon erwähnt. Ich glaube, wenn wir das Spiel verloren hätten und ausgeschieden wären aus der Champions League, dann wäre die Gefahr, ins Loch zu fallen, deutlich höher gewesen. Weil dann ist so eine erste große Säule in Sachen Zielsetzung weggebrochen. Und das ist dann psychisch schon, glaube ich, schwer, wenn du gewinnst und weiterkommst. Ja, macht es ja grundsätzlich Bock und macht auch Bock, weitere Spiele zu gewinnen. Ich stelle mir auch oft die Frage, aber ich finde für mich keinen Grund und keine Sinnhaftigkeit, jetzt weniger zu machen. Oder zu sagen, ja, jetzt verlieren wir halt die letzten vier Spiele im Jahr 2020. Also es macht wenig Sinn, sondern mehr Sinn macht einfach auf dieser Gefühls- und Glückswelle weiter zu surfen. Und das probieren wir auch. Ja, das ist sehr, sehr wertvoll für die Bundesliga, sehr, sehr wertvolle Reputation in Europa, dass wir nach der Kritik, sagen wir mal, vor zwei, drei, vier Jahren, wo Kritik laut wurde, international, dass wir da nicht konkurrenzfähig genug sind, sondern nur Bayern München, wenn man die Fahne hochhält, dann ist es natürlich ein außergewöhnliches Erfolgserlebnis für die Bundesliga. Ich glaube auch in Gruppen, die jetzt gerade mal in Gladbach sieht und Leipzig, wo wir sicherlich beide jetzt nicht die Top-Favoriten in der Gruppe waren, ist es schon außergewöhnlich und gut und wichtig. Und es sollte eine Bestätigung sein, dass wir auf dem richtigen Weg sind, aber auch gleichzeitig anspornen, diesen Weg jetzt nicht zu verlassen und sich auszuruhen, sondern einfach da weiterzumachen. Zu möglichen Gegnern, ja, ist gut, dass Sie mich nicht fragen. Ich höre mir obligatorisch vor jedem Spiel immer die Hymne auch der nächsten Gegner an, also die Bremer Hymne jetzt aktuell, die ich gut finde. Real Madrid und Juve haben auch beide eine sehr schöne Hymne. Wenn es danach geht, sind es vielleicht ein von den beiden, aber alles andere. Schauen wir mal. Kannst du die auch singen? Rein theoretisch könnte ich die auch alle singen. Also vielleicht nicht in perfekten Spanisch und Italienisch, aber so ein bisschen die Bremer Hymne könnte ich singen. Können wir ja mal die Auslosung abwarten. Ihr müsst einfach nur schauen vor dem Spiel, ich singe die auch manchmal mit, wenn die kommt, aus Versehen. Also jetzt kommt die Bremer wahrscheinlich nicht, aber wenn wir in Bremen spielen nächstes Jahr, dann singe ich sie wieder. Wir spielen die bei uns auch normalerweise jetzt. Ohne Zuschauer weiß ich nicht, aber... Okay, dann singe ich die auch bei uns mit. Ja, wir können Smalltalk halten, weil kein weiteres Handzeichen gekommen ist. Ich gucke nochmal einmal auf die Liste. Das sieht weiterhin so aus. Dann herzlichen Dank für das Interesse, für die Fragen und bis morgen. Ciao.